Herzlich Willkommen zum Let's Play einer kleinen Custom Story, Gary Snowy Secrets, ein Christmas Special von den beiden Typen hier, die Gary Dark Secrets machen wollen, glaube ich, machen, machen noch, das relativ heftig werden wird, wo ich die Demos auch schon gezockt habe und die Typen können was und es soll ein bisschen anders sein und wir sollen lachen dürfen und uns fürchten dürfen und ja, kurz, aber lustig und knackig soll es sein. Und den werden wir jetzt auf den Zahn füllen, würde ich sagen. Falls es denn läht. Und ja, es läht. Es läht. Es läht. Immer noch. Und wir sind da. Perfekt. Nothing like drinking some hot tea the day before Christmas next to a beautiful Christmas tree. Hmm, but there's something missing. Okay. Ah, yes, perfect. So good, der Kopf wippt mit. Geil. Oh. But it's 10 o'clock. Who could it be this late? Hmm. 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 Ähm, wir machen nicht gleich auf. Wem auch immer, der klopft. Wir durchsuchen erst alles, würde ich sagen. Hier ist nichts. Das. Genau. Da, 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 auch nie mehr. Oh, Geschenke. Das ist geil. Geschenktexturen, sehr schön. Hi, my name is Gary and this is a note. Okay. Das war mal eine aufschlussreiche Notiz. Wow. Da ist was, da ist was, da ist was, komm her. Das ist nix. Noch nicht, irgendwie bewegt sich die Maus gerade. Ich hab mir selbst eine Schranke drauf gehauen. Aha, wenn das meine Eltern sehen könnten. Sie wären ja so stolz. Gott. Egal. Ähm. Ja, 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 beruhig dich, wir machen dir gleich auf. Ich will nur sehen. Oh, Essen. Yum, yum. Okay. Jetzt machen wir dem ungeduldigen Herrn da draußen auf. Oh, aber Geschenke. Ja, ihr könnt warten. Erst dem netten Herrn aufmachen. Hm? Okay. Okay. Herr, Mr. Whatever your name is, because I don't give a shit. Ahem, 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 sorry. Ahem, 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 ahem. Ahem, und ich will meinen ja er 혼et den jetzt Ein assurenen ist let's go okay let's go auf geht also die daten ist lustig mir gefällt es allein die idee wir rennen jetzt dahin und werfen ihm einen stein durchs fenster mal schauen ob die story noch aufschlosser interessanter irgendwie tiefgründiger wird das war das wort ist ja 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 weihnachtsmusik da schleicht jemand durch den wald der lacht oder sind wir das nein ich glaube das sind wir die da lachen okay es waren wohl doch nicht wir sein der der gegen den baum gelaufen ist oder unter den baum geraten ist erscheint ein unglaubliches genie zu sein is that all for trying to play a prank on me well you can forget that let's see if we can find a nice big rock somewhere um ist hier noch was diese dissonanzen passen geil rein Hat er mir gerade einen Arschtritt gegeben? Ups, ich glaube, der hat mir gerade einen Arschtritt gegeben. Ist wohl doch nicht... Ha, der Plan war vielleicht doch eine Scheißidee. Mit dem Sana, you suck. Naja. Hm. Wird sie jetzt doch noch richtig heftig? Nee, ich würde dem Macher von Gary zutrauen, dass sie ziemlich mies noch werden. Oh, hallo. Oh, das sieht aber schön aus. Das Bild gefällt mir. Oh. Ja, so hätte ich in echt wahrscheinlich auch reagiert, wenn plötzlich... Nein! Zu, wieso ist überall zu? Nein! Fuck, 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 fuck. Gibt es hier irgendwo einen Schlüssel? Geh weg. Ich will... Okay. Aha! Ich glaube, da ist was. Nein, geh weg. Du am besten auch, dann kann der Tisch schön raus. Genau. Die Musik ist sehr lustig. Es gefällt mir ziemlich gut, die Idee. Also mit der Musik, das ist echt nice gemacht. Das gefällt mir ziemlich gut gerade. Ja, das war dumm, dass ich Licht ausgemacht habe. Egal. Warte, warte. Es ist gerade... Ich bin gerade ein wenig nervös. Hallo? Hallo? Was geht nu? Oh oh. Mein Weihnachtsmann? Santa Claus? Das... Nein, nicht. Santa, was geht mit dir? Okay. Weihnachtsmann? Hallo? Weihnachtsm... Bist du der Weihnachtsmann oder war das der Weihnachtsmann? Ha 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 ha. Hä? Ist der Typ Öl? Friss stattdessen das Geschenk. Da 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 da... Da 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 da... Da 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 da... Ja, nicht gut. Nichts? Nichts, nichts... Da da nun. Das Ding ist nicht Santa Claus, es ist ein Monster. Das Ding 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 ist ein Monster. Er hat mich geschlachtet! Okay, lieber wegwegen! Copyright! Sauber! Geiles Ende! Na, was soll man als Fazit sagen? Wir wurden geschlachtet? Wir wurden am Ende geschlachtet! Es war aber so lustig! Anfangs war sie lustig, in der Mitte war sie gut! Es bestätigt nur, was ich wusste, dass der Typ es drauf hat! Und... Ich kann nur sagen, wie das Monster am Schluss sagte... Merry fucking Christmas!